Wenn du vergibst, lügst du, du heuchelst, du tust so, als seist du jemanden überlegen, als seist du Jesus, der seine Wange auch noch hinhält. Das bist du nicht, du bist genau das Gegenteil. In Wahrheit bist du ein wütendes Wesen, dem in der Kindheit Unterdrückung zugeführt worden ist. Und solange du diese Konflikte in der Kindheit, die Wut, die aus der Unterdrückung in deinem Körper gespeichert ist, in den Zellen, solange du die nicht kontaktierst, kannst du überhaupt nicht mit Vergebung anfangen. Das ist eine Lüge, das ist ein einseitiger Versuch, etwas loszuwerden, was unangenehm ist. Ich vergebe meinen Eltern, weil es Krieg war oder so, oder weil sie es schwer hatten. Das nimmt dir das Kostbarste in dir weg. Und das ist deine eigene traumatische Seinserfahrung. Die kannst du nicht kompensieren. Die muss ans Licht gebracht werden. Du musst die Gefühle, die damals abgespalten worden sind, kontaktieren, fühlen. Und das Unrecht, was zum Beispiel von den Eltern dir widerfahren worden ist, wenn sie dich geschlagen haben, wenn sie dich missbraucht haben, wenn sie dich psychisch manipuliert haben, dieses Unrecht muss ans Licht. Sonst bleiben, wenn du dann vergibst, bleiben diese ungehörten Teile, denen ihr Unrecht widerfahren lässt, tief in deinem Unbewussten verankert und in deinem ganzen Körper sind das Spannungen, die ungelöste Dinge, weil es nicht stimmig ist. Und erst wenn diese ans Licht gebracht werden, wenn du die fühlst, wenn du das Ausmaß des traumatischen Einschlags, den du in deiner Kindheit erfahren hast, spürst, erst dann wird dir überhaupt klar, was passiert ist. Dann kannst du überhaupt wieder zu deiner Authentizität finden. Ich habe das 30 Jahre lang erforscht. Ich habe alle möglichen Therapien gemacht, Familienstellen, holotropes Atmen, alles Mögliche gemacht. Und ich musste in meiner Arbeit der radikalen Erlaubnis zunächst einmal die ungeheuren Schutzteile, die wahnsinnige Leistung dieser Schutzteile, das Schlimme in mir zu verdrängen und außerhalb der Wahrnehmung zu halten, würdigen, bevor ich zu den wirklich einschneidenden Erfahrungen in der Kindheit die heftigen Emotionen von Schmerz, Verlassenheit und Wut überhaupt zugänglich wurden. Und dann hört man auf, an Konzepte zu glauben oder sich mit dem Hammer von oben voll eins auf die Birne zu geben. Das musst du also auch noch deinen Eltern vergeben. Das auch noch. Also du musst positiv drauf sein. Du musst deinen Eltern vergeben. Das ist alles ein Leben der Lüge, eine Heuchelei, ein zusätzlicher Druck. Jetzt bist du auch noch Jesus und musst anderen vergeben. Das geht ganz anders herum. Du musst erst mal in das Tiefste hinunter und dann kannst du vielleicht der Höchste werden, wie das Meister Eckart sagt. Aber davor müssen deine Konzepte fallen, müssen deine Ideen fallen, wie du ein harmonisches, perfektes Leben führst. Du musst deine vitalen Energien spüren und das Tier in dir kontaktieren. Wie Freud das schon sagte, wenn man sehr weit forscht, merkt man, dass der Mensch im Grunde ein Tier ist und dieses Tier will brüllen. Und bevor das nicht brüllt, ist man ein Schaf. Und dann, wie Nietzsche das sagt, kommst du durch, wenn der Löwe gebrüllt hat und die Schafherde, wo er verlassen worden ist, dann kommt das Kind wieder und das ist authentisch und frei, aber nur hier mit einer riesigen Bewusstheit umhüllt. Man ist nicht mehr blind und ausgeliefert, sondern man hat die Fähigkeiten des Erwachsenen und man hat vollen Kontakt zu dem Kind in sich. Und das ist der Weg also. Zusammenfassend, der Weg ist der, das Wichtigste für dich. Wenn du vergeben willst, willst du dich in Wahrheit aussöhnen mit deiner Kindheit, in der Regel mit Partnern, die dich verlassen haben, die dich verletzt haben, du willst dich aussöhnen, du willst dich verstehen, du willst dich erfahren, dann lass das mit dem Vergeben und kontaktiere die noch nicht gefühlten Wutgefühle, den Schmerz und dann verändert es sich von selbst. Dann merkst du das körperlich, dass du ganz anders da bist und dann kannst du auch in Zukunft jeden Täter, der dir Unrecht tut, wenn irgendwas Unrechtes geschieht, dann hebst du die Hand und sagst, Stopp, ich spüre, dass hier was nicht stimmt. Und dann kannst du Grenzen ziehen. Du musst nicht die Beziehungen retten. Du musst echt werden und dadurch ergeben sich echte Beziehungen. Aber du kannst dich doch nicht überhöhen und den gottgleichen Jesus-Meme, dass das ist ein falscher Weg, adressier das Dunkle in dir, wandere hinüber zu einer radikalen Erlaubnis, wo du diese im Grunde feindselige Haltung dir gegenüber, die du seit der Kindheit hast, und Vergebung ist der letzte Tropfen obendrauf, dass man das auch noch den anderen vergeben soll, obwohl man das alles erfahren hat. dann lass das, werde dir selbst gegenüber freundlicher, indem du radikal erlaubend zu allen Teilen in dir Kontakt aufnimmst und sie hörst. Und es gibt ein verlassenes Kind in dir, das ist irgendwo abgesperrt in einem Keller, das durftest du damals nicht fühlen, musstest dich anpassen und das wartet immer noch drauf. Und das kann ich dir eines sagen, das Kind ist sauer, das ist sauer in seinem abgesperrten Verlies und diese ganzen Gefühle hast du irgendwo im Körper gespeichert und die vergiften dich, die beeinflussen dich unbewusst. Und die zu spüren, die im Körper zu spüren, das ist die Veränderung. Das ist die energetische Veränderung, dass der gesamte energetische Missbrauch aufhört, den wir seit unserer Kindheit mit uns betreiben und Vergebung vergeben müssen, ist der letzte Tropfen dieses energetischen Missbrauch.